Wir haben bereits begonnen. Ich habe eine Mission mit Erry. Wir werden die Stimmung heben, weil meine Freunde bereits sehr deprimiert sind. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ich hoffe, es ist nicht zu schwer. Ich brauche Kugeln, Verbände und Energydrinks. Was ich wenig habe, ist Benzin. Ich denke, ich brauche Benzin. Das war gefährlich, aber ich denke, wir sind gut herausgekommen. Okay, lass uns sehen, wohin wir gehen müssen. Wenn es weit weg ist, weiß ich nicht, ob das Benzin ausreicht, aber wir werden es trotzdem versuchen. Ich habe genug Benzin und kann das Fahrzeug machen. Ich glaube nicht, dass es ein Problem gibt, aber ich bin noch nie in diesem Bereich gewesen. Es sieht gefährlich aus. Alles ist rot. Das Schlechte daran ist, dass es Nacht ist und zu dieser Tageszeit mehr Zombie-Aktivitäten sind. Ich bin jetzt angekommen. Jetzt geht es nur noch darum, zum Überlebenden zu gelangen. Es ist eine Gruppe von Überlebenden. Ich denke, wir haben eine Chance zu gewinnen. Nein, sie haben mich umzingelt. Ich muss entkommen. Ich habe Glück, dass sie viele Kugeln haben. Und wenn sie mir helfen wollen. Es gibt kein Benzin, kein Essen. Ich glaube nicht, dass ich hier etwas kaufen möchte. Es gibt eine Mission, aber mal sehen, worum es geht. Es sagt, dass die Leute im Haus der Überlebenden immer zu spät kommen und viel Lärm machen und dass Leute wie sie gerne Partys feiern, ohne auf irgendetwas zu achten. Ich glaube, ich werde zur Basis zurückkehren, um etwas Ausrüstung zu holen. Ich möchte ein Radio bekommen, um Lärm in der feindlichen Basis zu machen, falls ich Ihnen eine Lektion erteilen muss. Ich denke, dass die Leute im Haus der Überlebenden sind. Ich denke, wenn die Basis sehr weit weg ist, hätte ich dort bleiben sollen, aber ich habe bereits die Entscheidung getroffen und kann nicht mehr umkehren. Es würde mehr Benzin kosten. Ich denke, ich habe alles, was ich für die Mission brauche. Tatsächlich glaube ich, dass es bereits dämmert. Oh, pass auf. Ich habe einen Zombie getroffen. Ich habe das Auto fast zerstört. Ich muss vorsichtig sein, denn ich habe nicht mehr viel Ausdauer. Okay, wir sind da. Lass uns sehen. Bitte schlage mein Auto nicht. Das gleiche wie vorher. Ich glaube nicht, dass ich hier Essen oder Benzin bekommen kann. Lass uns sehen. Okay, zumindest ist es in der Nähe. Ich muss nicht weit gehen. Ich muss vorsichtig sein. Ich denke, es war hier nicht, aber... Oh nein, ich bin bereits umgeben. Das sind bereits Feinde. Ich werde dort nicht parken können. Nein, ich werde sterben. Ich darf jetzt nicht gehen. Nein, ich werde jetzt sterben. Das ist kein vollständiger Satz. Bitte gib mir mehr Kontext oder eine spezifische Frage, damit ich darauf antworten kann. Ich werde Plan B anwenden müssen, indem ich das Radio in ihrer Nähe lasse und versuche zu entkommen. Und ich werde den Zombies den schmutzigen Job überlassen. Ich glaube nicht, dass sie sich trauen, hier herauf zu kommen, aber oh oh, das haben sie getan. Nein, ich werde hier sterben. Er, sie, es wird sterben. Willkommen in der tödlichen Zone. Nun, das lief schlecht, aber wenigstens war es ein guter Stream. Ich werde jetzt rausgehen und denke, dass dies die erste Live-Übersetzungstest sein wird. die drittsend. Ich werde jetzt reingezogen. Soll es sein.